Deutsche Welle, Kalenderblatt 5. Dezember 1894, Vollendung des Berliner Reichstags Von keinem Bauwerk in Deutschland ist so viel, so lange und so kontrovers die Rede gewesen. Kein anderes öffentliches Gebäude hat die Gemüter derart polarisiert wie der Berliner Reichstag. Am 5. Dezember 1894 wird der Schlussstein für den klotzigen Neobarockbau durch den Frankfurter Architekten Paul Wallot gelegt. Der Reichstag, ein Monument aus Sandstein mit gewaltigen Ausmaßen. Fast 140 Meter lang, mehr als 100 Meter breit und 75 Meter Kuppelhöhe. Bereits seine Entstehungsgeschichte ist geprägt von monarchischer Arroganz und Missbilligung. Reichskanzler Otto von Bismarck und Kaiser Wilhelm I. streiten sich um den rechten Standort für das neu geschaffene Parlament mit seinen 400 Abgeordneten. Seine geringe Wertschätzung spiegelt schließlich auch der Ort wieder, an dem das Reichstagsgebäude errichtet wird. Nicht im Zentrum Berlins steht das Hohe Haus, sondern hinter der Spree, sozusagen beim Brandenburger Tor, um die Ecke. Doch mit dem Ergebnis war kaum jemand zufrieden. Zu imposant und zu auftrumpfend, wirke der Reichstag, zu überladen und zu monströs, ihm fehle das Grazile, das Leichte, kritisierten bereits die Zeitgenossen. Der Heidelberger Politologe Klaus von Beime. Selbst in den Ländern, wo schon Demokratie war, wie im amerikanischen Kongress oder im Schweizer Parlament in Bern, ist ja nicht etwa wirkliche demokratische Werte repräsentiert. Sondern es sind auch überwältigende, ja fast einschüchternde Architektur, die dann mittels einzelner Elemente vielleicht etwas populärer gemacht wird. Vor allem in Amerika. Aber der erste Eindruck ist nicht gerade demokratisch, sondern furchtgebietend und nicht transparent. Und so ähnlich ist der Reichstag auch. Wallot plant und gestaltet das Haus als Symbol des Reiches. Die vier wuchtigen Ecktürme sollen die vier deutschen Königreiche darstellen, Bayern, Württemberg, Hannover und Preußen. Als ingenieurtechnisch besonders spektakulär gilt die aus Eisen und Glas gefertigte, mächtige Kuppel über der Mitte des Reichstags. Mit den Seitentürmen bestimmt sie die Silhouette des Gebäudes, ein weithin markantes Herrschaftszeichen des deutschen Kaiserreiches. Indem es schon mal vorkam, dass seine Abgeordneten gelegentlich den Sitzungssaal nicht fanden, zu verwirrend waren die Ebenen und Verbindungen innerhalb des Gebäudes. Zumal der Kaiser dem Architekten Wallot immer wieder in die Bauausführung hineinredete. Schließlich war es keine parlamentarisch-konstitutionelle Demokratie gewesen, die dieses Haus hatte bauen lassen, sondern eine halbfeudalistische Monarchie, deren Herrscher kräftig mitreden wollten. Von Volkssouveränität keine Spur, sagt der Berliner Staatsrechtler Ulrich Preuß. Bei Bismarck ist es ganz klar, der Reichstag war ja nicht wirklich eine Demokratieinstitution, der gegenüber der Regierung verantwortlich war und von dem die Regierung dann auch abhängig war. Das gilt bis 1918, dann in Weimar. Nicht zufällig fehlte 1894 in der kaiserlichen Reichstagsurkunde das Wort Volk, denn Wilhelm II. war ein entschiedener Gegner des parlamentarischen Systems. Die historischen Umstände, die den Reichstag als politische Institution entstehen ließen, waren ebenso widersprüchlich wie richtungsweisend. Sozialistengesetze und Sozialversicherung, allgemeines Wahlrecht und wilhelminischer Obrigkeitsstaat. Die Obrigkeit zu kontrollieren, ihr auf die Finger zu schauen, das gelingt dem Reichstag nur selten. Seine Mitglieder bekommen für ihre Arbeit keinen Pfennig. Bismarck legt Wert auf ein diätenloses Parlament. Damit werden die wohlhabenden oberen Stände privilegiert. Klaus von Beime hebt aber noch ein weiteres Element hervor. Dann steht er zunächst einmal für den Versuch, einen Parlamentarismus in einem ziemlich autoritären Regime zu installieren. Für mich ist natürlich dann auch ganz unarchitektonisches verbunden, nämlich eine hohe Debattenkultur, die sicher höher war als heute. Paradoxerweise müssen wir sagen, je machtloser ein Parlament ist, umso rhetorisch besser ist es sehr häufig, weil es sonst nicht viel machen kann. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020